hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmi ja heute habe ich für euch wieder den magitex adventskalender und zwar ist heute türchen nummer 12 dran heute ist der 12 dezember das heißt wir haben noch zwölf tage bis heilige abend jetzt kommen erst mal die grüße zu dem gestrigen adventskalender türchen manche natürlich zwischen so oder grüße ich erstmal den jonas 04 mal wieder gutes video bitte grüßt mich dann haben wir lasse klöber bitte grüßt mich road to 1000 abos dann haben wir hier noch real chichi hd bitte grüßt mich dann haben wir mal noch felix boss stürme cooles video wie gesagt ich liebe den adventskalender videos man kann sich mal hinlegen und schön entspannen kann ich bitte gegrüßt werden ja bei so einem kommentar da kann man ja nicht nein sagen oder was haben wir dann noch wen haben wir noch wir haben noch felix stammenberger kannst du mich bitte grüßen wäre echt cool mach weiter so ja somit wurdest du gegrüßt oder ja alle und falls du auch begrüßt werden willst morgen in dem video dann schreibe es in die kommentare aber bitte nicht noch mal die doppelten weil hier die ersten zwei die denn jonas hatte ich gestern und lasse klöber hatte ich dann auch schon ich weiß gar nicht mehr nein aber den hatte ich in einem anderen video also vom heute morgen jo ich denke mal wir öffnen jetzt mal das türchen hier wir wollen das video nicht künstlich in die länge ziehen so dann schauen wir mal zwei karten wieder so wir machen das mal so zwei karten der erste spieler ist hier in hertana in davy selke als bundesliga moment angreifer sieben millionen marktwert abwehrwert 29 angriff wert 78 und die karten nummer 45 und die zweite karte ist hier sven michel von paderborn genau und er ist auch ein angreifer hat ein abwehrwert von 27 hatten angriff wert von 61 an marktwert von 4 millionen und hat die karten nummer 363 ja so das sind dann die zwei karten aus dem heutigen türchen nummer 12 morgen ist ein türchen nummer 13 dran ich kann es ja mal ein bisschen schieben wer es findet denk dran an die grüße und schön liken und falls du noch kein abonnent bist kannst du das kostenlos auf meinem kanal tun würde mich sehr darüber freuen road to 1000 und dann sage ich mal bis morgen und auf wiedersehen